Hallöchen zum Türchen Nummer 21 und damit sollte jetzt wirklich hier alles leer sein. Es dauert nicht mehr lang, dann ist alles fertig. Was ist das? Ein kleiner Bit in einem großen Karton. Es ist doch noch ein Tor. Ich dachte da kommt keiner mehr. Aber hier ist noch ein T40 dabei. Ja, wie immer. Schönes Teil, schön gearbeitet. Kommt mit auf den Stapel und ich würde sagen bis morgen.